Ab mit ihrem Kopf! Hallo, mein Name ist Leisa Grimm, ich bin Fantasy-Autorin und habe die große Ehre, euch beim Gratis-Comic-Tag die US-Hits vorzustellen. Stellt euch vor, ihr müsst mit dem Kopf einer Hexe im Schlepptau andere Köpfe abschlagen. Das ist das Leben von Norgal, seines Zeichens professioneller Kopfabschneider. So ein cooler Job. Headlober ist ein nordisch angehauchter Comic, das heißt, es gibt Wikinger, Hexen, allerlei Bestien aus der nordischen Mythologie und unseren, ja, man möchte sagen, Helden Norgal, der die Insel Barra bereist, um dort dem ein oder anderen Entköpfen nachzugehen. Unterstützung bekommt er dabei von der Hexe Agatha, beziehungsweise von ihrem Kopf und ich weiß nicht genau, ob man da von Unterstützung reden kann. Jedenfalls wird Norgal von der Königin Abigail angeheuert, um den bösen Machenschaften eines Zauberers Einhalt zu gebieten. Der überrennt nämlich mit seinen Schergen, vornehmlich Monstern, die komplette Insel und Norgal soll das Ganze aufhalten. Denn die Bewohner der Insel wollen nichts anderes, als einfach nur in Frieden zu leben. Und das ist eben ziemlich schwer, wenn man ständig irgendwelche Ungeheuer vor der Haustür stehen hat. Wer spannende Action-Szenen und die nordische Mythologie mag, sollte hier auf jeden Fall dringend zugreifen. Und ganz ehrlich, Headlopper lohnt sich allein schon wegen der Hexe Agatha. Dieser Kopf in Kombination mit dem Köpfer Norgal, das ist einfach nur ganz großes Kino. Ich bin verliebt. Eine spannende Zusatzinfo hätte ich noch zu diesem großartigen Artwork. Headlopper wurde von dem großartigen Künstler Andrew McLean gezeichnet, der schon den Diamond Gem Award gewonnen hat. Kurz zusammengefasst, nordische Mythologie, Wikinger, rollende Köpfe, das ist Headlopper. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich bin ein großer Fan von rollenden Köpfen. Sollte man sowas im Internet sagen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.